Sharingham. Landluft kann tödlich sein. Von Matthew Costello und Neil Richards. Es liest Sabina Godetz. Folge 39 Song für einen Mord Willkommen zum Sharing-Fest Jess Miles nahm sich kurz Zeit, um von der großen Bühne zu schauen, wobei sie ihre Augen mit einer Hand vor der Nachmittagssonne abschirmte. Rechts und links gab es zwei deutlich kleinere Bühnen, alle zu dem Feld ausgerichtet, auf dem sich morgen um diese Zeit Tausende von Menschen einfinden würden, um das Sharing-Fest zu besuchen. Sie konnte nach wie vor nicht recht fassen, dass sie hier war. Eine junge Frau aus Sharingham, die bald auf dem Festival auftreten würde, zu dem sie selbst so oft als faszinierte Zuschauerin gekommen war. Und sie würde nicht etwa auf einer der kleineren Bühnen stehen, wo neuere Bands, Comedians und sogar Zauberer auftraten, um zur entspannten Partyatmosphäre des Festivals beizutragen. Oh nein! Sie und die beiden anderen Mitglieder ihrer Band würden genau hier spielen, auf der riesigen Talbühne, auf der sie sich so klein vorkam, umgeben von Lichtern, Lautsprechern und dem Equipment für andere große Nummern. Sie blickte hinüber zu Ryan Crocker, der einige Meter entfernt auf der großen Bühne stand und ebenfalls alles in sich aufsog. Ryan hatte die Songs zusammen mit ihr geschrieben, und seine Stimme harmonierte perfekt mit ihrem hohen Sopran. Für Jess war er die wahrhaft treibende Kraft hinter Anlost ihrer Band. Doch jetzt stand er einfach nur still da, was typisch für ihn war. Sie schaute wieder nach vorn. Vor ihr am Bühnenrand, wo die Techniker unter einer Überdachung die Mischpulte aufstellten, hockte Alfie Parker, ihr Gitarrist. Er war das dritte Mitglied ihres Trios, und seine geradezu magischen Finger entlockten der uralten Gitarre sagenhafte Klänge. Jess fühlte, wie die Herrchen auf ihren Armen kribbelten. Zu gern würde sie alle ihre Empfindungen in diesem bahnbrechenden Moment festhalten. Die Reise ihrer Band hierher war so plötzlich, so unerwartet und so intensiv gewesen. Andererseits war Anlost für Jess auch von Anfang an mehr gewesen als nur eine Band. Dies war ihre Familie. Eine Künstlerfamilie. Und was sie selbst und Ryan betraf. Nun, ihre Beziehung war sogar noch enger. Heute kam ihr das Leben eher wie ein Traum vor, von dem sie sich wünschte, er würde nie enden. Sie ging ein paar Schritte auf Ryan zu. Trotz seiner ernsten, verschlossenen Haltung vermutete sie, dass es auch ihn schlichtweg umhaute. Das ist echt mal etwas, oder, Ryan? Sharing Fest? Diese Bühne? Er drehte sich zu ihr um. Und sie fragte sich, wie viel von ihrem Erfolg sie der Tatsache verdankten, dass Ryan und sie nicht nur als Künstler zusammen waren, sondern auch als ein Paar. Und sie hoffte, dass auch das nie enden würde. Lächelnd nickte er. Doch weil Ryan nun mal Ryan war, blickte er wieder zurück zur Bühne. Groß, so viel steht fest. Aber der ganze Kram hier, das sieht wie ein bescheuerter Flohmarktstand aus. Vor morgen müssen wir noch eine Menge organisieren. Die Playlist festlegen, an den neuen Stücken arbeiten, einige Zeit für Proben einschieben. Jess grinste. Trotz der Songs, die Ryan schrieb, war er stets der Praktiker. Sie wandte sich zu Alfie um, der so schmal und ernst war. Seine Eltern hatten gewollt, dass er Arzt wurde. Aber Alfie hatte sich nie etwas anderes gewünscht, als seine Fender Stratocaster fantastisch zum Klingen zu bringen. Bisher hatte Jess' Beziehung mit Ryan die Band nicht beeinträchtigt. Drei Amigos. Drei Künstler. Und jetzt schwangen sie sich mit dieser Buchung für das Charing-Fest und dem riesigen Erfolg ihrer ersten Single zu neuen Höhen auf. Charing-Fest war bei weitem nicht das größte Sommerfestival. Doch jeder wusste, dass es wichtig war. Ein Gig hier konnte Bands aus den winzigen Clubs auf die großen Touren katapultieren. Was bereits etliche Male passiert war. Jess konnte die Liste der Preisträger fast vollständig aufsagen, die ihren Durchbruch auf der berühmten Talbühne gehabt hatten. Sie bemerkte, dass Ryan zu einem großen Schlagzeug sah, das auf einem mobilen Podest stand und auf dessen großer Basstrommel ein Name prangte, den jeder hier nur zu gut kannte. Lizard. Die berüchtigte Metalband, angeführt von Liedsänger Alex King, hatte in den 1990ern die Charts dominiert. Jess wusste sogar, wie der Drummer hieß. Will Dumford, der nun an den Stellschrauben der Trommeln drehte, sich vorbeugte und das Fell der Snare Drum berührte. Dann das der Toms. Als würde er nach einem Puls fühlen. Will war von hier, ebenfalls in Charingham geboren und aufgewachsen. Und seinem Können war es zu verdanken gewesen, dass die Lizard-Hymnen ganze Stadien weltweit zum Brodeln brachten. Allerdings war jene Ära inzwischen vorbei. Was Lizard gewiss auch klar war. Genau genommen war neben Nostalgie der einzige Grund, dass sie noch ein Name waren, der Mord an ihrem Liedsänger vor fünf Jahren. Seither waren sie auf Welttournee gewesen. Die Alex King Memorial Tour. Eine Tour, die nie enden würde, vermutete Jess. Jedenfalls nicht, solange sie noch Geld einbrachte. Lizard war immer noch groß genug, um zum Abschluss des Festivals am Sonntagabend zu spielen. Jess dachte an den Kontrast zu ihrer eigenen Band. Ihr kreatives Leben, so hoffte sie, fing gerade erst an. Das von Lizard hingegen? Es war, als würde man einem Mammutstern beim langsamen Verblassen zuschauen. Ja, Soundcheck gleich morgen früh, sagte Ryan und zog ein zerfleddertes Blatt Papier hervor, auf dem die wesentlichen Infos für ihren Auftritt am Freitagabend standen. Hoffentlich schafft die Produktionsleiterin bis dahin den ganzen Lizard-Kram hier weg. In diesem Moment fiel Jess auf, dass jemand links hinten auf der Bühne stand, halb im Schatten des Backstage-Bereichs und sich mit einer kleinen Gruppe von der Crew unterhielt. Ein schlachsiger Mann mit wilder Mähne, der eine Lederhose trug. Eine Bierflasche in einer Hand. Das Gesicht von tiefen Furchen gezeichnet, die zu viel durchgemachte Nächte, zu viel Alkohol und Drogen in seiner Haut gegraben hatten. Zu viel von allem. Jess erkannte ihn auf Anhieb. Es war Lizards Liedgitarrist Nick Taylor. Seit Alex King tot war, leitete er die Band, wie Jess wusste. Und sie sah ihm an, dass er nicht froh war. Als er Jess und ihre beiden Bandkollegen bemerkte, hob er eine Hand, damit die anderen bei ihm still waren. Dann setzte er sich raubkatzenartig in Bewegung und kam auf Jess zu. Oder vielmehr, direkt auf Ryan. Es dauerte eine Sekunde, ehe Ryan von dem Zettel aufschaute und den Bandleader von Lizard kommen sah. Jess wollte zurückweichen. Stattdessen trat sie näher zu Ryan. Nick Taylor baute sich vor ihnen auf. Und jetzt lächelte er komisch. Es war alles andere als herzlich. Na, wenn das nicht die verdammten Unlost sind. Er musste schon einiges getrunken haben, stellte Jess fest. Offenbar blieb er bei dem Lebensstil, für den die Band verschrien war. Sie versuchte zu begreifen, was los war. Warum war er zu ihnen gekommen? Irgendetwas ging hier vor. Und es fühlte sich unangenehm an. Sie blickte zu Ryan auf, von dem sie wusste, dass er auch bisweilen auf der Kippe stehen konnte, je nachdem, wie die Dinge liefen. Daran arbeitete sie mit ihm. Und es war noch nicht abgeschlossen. Aber inzwischen war er seit beinahe einem Jahr clean und nüchtern. Nick Taylor, sagte Ryan, ohne auf den verärgerten Tonfall des anderen zu reagieren. Jess sah einen anderen Mann hinter Nick auftauchen. Auch ihn erkennen.